Mein Name ist Manfred Georgiev und ich möchte Ihnen heute unser Dentallabor Georgiev vorstellen. Wir sind ein modernes, technologisch gut ausgestattetes Dentallabor und arbeiten auf einem hohen Stand der Technik, um qualitativen Zahnersatz anzufertigen. Ich sehe, Ihre Mitarbeiter sind hier auch fleißig zu Gange. Das heißt, hier finden wirklich Hightech und die klassische Handwerkskund finden zusammen, damit der Patient seinen optimalen Zahnersatz bekommt. Genau. Der Mensch ist nach wie vor gefragt. Es ist ein Handwerksberuf. Und manche Sachen sind eben nur händlich zu ermöglichen. Unsere neue Errungenschaft ist die Matik von der Firma Amann-Gürbach, eine 5-achsige Fräsmaschine. Diese Maschine kann alles fräsen. Von Kunststoff, Zirkon, Sintron, Vollmetall. Wir reden hier von der neuesten Technik, sodass auch hochspannige Brücken geschliffen werden können. Diese Maschine wechselt automatisch die Rohlinge und die Fräsen. Der Techniker kann sich also auf seine Arbeit konzentrieren und die Maschine übernimmt den Rest. Und hier ist dann schon die fertige Konstruktion, die dann zu dieser Schleifmaschine geschickt wird. Wir haben auch die Möglichkeit, mit einem 3D-Drucker Löffel zu drucken, Schienen zu drucken oder Modelle auszudrucken. Es wird designt und die Daten werden dann zum 3D-Drucker geschickt. Ich freue mich, dass ich unser Dentallabor Georgiev hier vorstellen durfte und dass Sie einen Einblick von unseren Räumlichkeiten und Geräten bekommen haben. Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich, dass Sie einen Einblick von unseren Räumen und Geräten bekommen haben.